Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu unserem Kroatien Urlaub in Scam. Hallo Swizzli. Hallihallo. Ich lebe wieder. Ja, juhu. Ich will was bauen. Gucken. So. Was sagst du? Schönes Haus am Fluss. Der Bootsanleger. Ja, ich würde sagen. Nee. Was? Ja, schau dir mal die Küste an. Ja, nee. Wir haben den Bootsanleger da vorne. Okay. Deshalb, also ich denke, dass... Außerdem habe ich im Kopf, dass hier das Wasser nicht so tief ist, dass man da Fundamente ins Wasser stellen kann. Aber dafür müssen wir erstmal... Die Fahne bauen. Die Fahne bauen. Let's have a look into the Kiste. 10 Metallschrott, 10 Stoff. Moment, 10 Metallschrott. Ich fange mal damit an. Ähm, 1, 2... 5... Die ganzen kaputten Lumpen nehme ich mal an mich. Die total bäh sind, aber für die Fahne genau ausreichend. So, 10 mal das, 2 mal das. Einmal noch Metallschrott. Einmal Metallschrott und 10 mal Werkzeugkiste. Ja, 10 Abnutzung von der Werkzeugkiste. Kein Thema. Äh, Werkzeugkiste haben wir ja auch. Fetsch. Juhu. Als erstes hier am Baum Unterstand bauen. Ganz wichtig. Also den Baum wegmachen. Ja, aber... Ja, ja. Ja, sonst... Kleine Bretter. Oder Äste. Oder was auch immer das braucht. Ja. Achso, ich hätte ja die Axt vielleicht aus dem Auto holen können. Oder ich mache den zweiten Baum. So, Waffenwerkzeuge wieder da rein. Munition in Waffenwerkzeuge. Teil, das ist... Parpaths. Was denn? Ah, lange Äste, kurze Äste. Ja. Wo war denn jetzt die Axt? So. Oh, Fällen. Na, bret. Premierklock. Clock. Nö. Seil, kannst du denn... Das war jetzt... Das war jetzt ungünstig. Was denn? Der hat jetzt meinen ganzen Faden eingebaut. Ja. Wir haben doch genug hier in der... Ähm... Metallkiste... Metallkiste... Den ganzen blauen Draht. Ne, er hat meinen Faden, den ich eigentlich für die Nähe setze, brauche. Achso, ja. Da... Weißt du was? Ich setze meinen da... Hast du hier schon rein investiert in das Ding? Ja. Ich habe jetzt einfach den halben Baum und alles, was er mir aus dem Inventar rausgezogen hat. So, das erste ist fertig. Wir müssen jetzt noch einen bauen. Wem gehört denn der Unterstand jetzt? Muss jeder einen haben? Siehst du? Also, ich kann ihn in Stand halten. Ich kann ihn untersuchen. Und ich sehe auf der Karte ein H. Sollte ich vielleicht nicht gleich daneben stehen. Nö, mir zeigt er nichts an. Kein H. Dann platziere bitte auch noch einen. Ich und die Escape-Taste. Wir werden keine Freunde in diesem Spiel. Hast du? Ich suche ihn noch. Bei Base. Handwerk, Base-Building, Utilities. Das einzelne Ding in der zweiten Reihe. Okay. Gut. Kommen wir sofort mit Seil. Er will nämlich flaxen. Nein, es hat noch mehr gut. Habe ich schon gedacht. Den ganzen Buschen, es gibt ein Ast raus. Ah, so der nächste Busch. Mhm. Busch Senior. Spielt keine Rolle. Gehören beide an die Wand. Das ist doch politisch nicht korrekt. Da kann die Wand doch nichts dafür. Lapp, 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 Lapp. Halt nicht. Okay, kleine braucht es keine mehr. Mhm. Wie viel Große? Habe ich jetzt nicht gesehen. Fünf. Also noch vier. Mhm. Mhm. Noch zwei. Ah ja, die habe ich. Hier. Mhm. Ne. Es ist nur einer. Der Rest sind wieder kleine. Mhm. Also. Wenn das so die Höhe ist. Warte gucken. Ausprobieren. So. Okay. Siehst du? Da könnte man so ins Wasser setzen. Oh ja, jetzt wollen wir erstmal. Ja, ja. Alles okay. Was brauchst du noch? Noch große Äste? Noch einen großen. Okay. Aber der braucht ja gleich lang, um einen Baum zu fällen, als hier die paar Reste auseinander zu schlagen. Mhm. So. Langer Holzstock. Gut. Und da müsste man gleich mit dem Auto darüber. Also ich würde jetzt... So, jetzt ist deiner auch fertig. Ich würde es jetzt so machen. Ich würde gerne mal den hier ausprobieren. Ob ich da dran komme. Der Winkel stimmt aber noch nicht. Kleinen Moment. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Keine nassen Füße. So, drei große Stämme brauche ich noch. Ich lege mal gerade die kleinen alle hier ab. Weil einen Stamm kriege ich in den Rucksack, einen kriege ich unter den Arm. Dann hast du jetzt die beiden. Ja. Gut. So. Von hier aus... Das nächste wäre ja dann... Einmal... Ungefähr so. Dann können wir eine Treppe hier runter machen. Das müsste reichen. Richtig? Ja. Der Winkel stimmt einfach nicht. Ja, okay. Dann müssen wir den nochmal neu setzen. Warte. Kann man nicht die Treppe von unten nach oben? Nein. Kannst du es sehen? Moment. Ja, jetzt ist es parallel. Jetzt müsste es, glaube ich, noch ein Stückchen zu mir. Noch ein bisschen. Noch ein Schubs. Gut. Passt. Ja, jetzt dürfte es etwa... Dann gehen wir einen Schritt auf die Seite. So. Ja, haut ungefähr hin. Ich habe Regenwürmer gefunden. Ich bin ja so glücklich. So. Was wir jetzt machen können. Äh... Der Ranger ist ja jetzt gerade ziemlich leer. Ne? Richtig. Richtig. So ziemlich leer ist. Ja, ja. Alle Kisten sind draußen. Jetzt könnte man... ...gerade mal... ...Trick 17,35726 probieren. Warte mal kurz. Wenn ich denn die Karre ankriege. Ja. Schon alles aufgesammelt, was hier lag. Da sind auch noch ein paar Stöckchen. Ja. Gerade dabei. Ja. Das sind noch kurze. Die lassen wir erstmal liegen. Die stören im Moment eher. Moment, habe ich schon drin. Okay. Dann... ...nehmen wir die auch noch dazu. Ähm... Das war jetzt, glaube ich, alles hier, ja. Ja. Und wir haben noch genug Platz für noch eine ganze Reihe mehr Stämme, ne? Bleib stehen. Ja. Nicht umfahren. Das ist ein Hühnchen. Nee, es lebt noch. Wohlst du's? Der Löse ist. Zwistee ist auf... Oh. Chicken Run? Nee. Er muss den Busch jetzt zerlegen. Really? Ja. Bin hinterher gerannt und hab null gedrückt, also... Nee, das ist weg. Glaubst du? Wow. Wow. Okay. Ich sag ja, ich kann mit dem Bogen. Kompon-Bogen wäre aber schöner. Das wäre jetzt unser zweites Hühnchen, hä? Ja. Boah. Nun haben wir noch kein Rezept für das. Pssst. Pssst. Skua, also Spieße. Kühnchen-Spieß. Ja, aber so ein richtiges... Ja, gut. Guck mal ins Pastler-Kochbuch. Vielleicht ist da ja was drin. Du raus. Du raus. Habe ich sogar deinen Pfeil wieder? Mhm. Die Gedärme brauchen wir nicht, oder? Nicht. Dass ich wüsste. Äh. Gut. Denk dran, Axt bei 50% spätestens mit dem Schleifstein in der Metallkiste reparieren. Hast du noch eine Axt? Ah ja. Ja. Aber die hat gerade mal noch 19%. Ich habe noch eine 57%ige. Ja gut, Material liegt ja hier genug rum. Ja, okay. Willst du mit dem Auto einsammeln, oder soll ich? Moment, ich suche gerade noch. Ja. Ich muss zwei große Steine haben. Ich hoffe, große Steine. Ja, ist klar. Ich kacke. Und es fängt dann zu regnen. Klingt jetzt ein bisschen rüber. Aber gute Nachrichten. Ich habe ein M9-Magazin ausgekackt. Okay. So langsam bekomme ich Angst. Wieso? Naja. Wenn du so etwas verzeugst schon. Hey, das ist es 100%. Da sage ich doch nicht Nein zu. Ist aber auch das so gedrückt. Ich kann ja wenigstens nicht meckern, dass sie warm ist. Jetzt ist es warm und feucht. Bin ich jetzt ein Feuchtgebiet? So, wie viel haben wir? ZW. Zu wenig. Wie viele kleine brauche ich für ein Seil? Fünf. Da fehlt noch einer. Gut, herstellen. Gut. ja ich mache so ich sammle gleich die ganzen kleinen ein drücke dann bei seil auf autokraft was macht das dann stellt er so lange her bis er kein material mehr davon hat man muss nicht immer alles markieren macht es dann etwas die ich angenehmer handwerk gegenstände seil so wenn du dann doppelklick drauf machst kannst du auch das sternchen setzen dann sagst du auto craft craftet der aus dem inventar jetzt so lange bis nichts mehr da ist legt es natürlich auf den boden und nicht in cementar aber das kennen wir ja so ich setze mich jetzt mal ins auto und sammeln mal auf dafür habe ich gerne den lader weiß auch nicht warum ist das mit dem einfacher ich kann nicht mehr aufnehmen muss mal kurz ausladen kommen das wetter wird wieder schöner das schlimmste von allem doppelklick reicht leider nicht ums rauszuschmeißen aber man kann nicht alles haben so neue axt ich mache sehr gut dann kann die weg die rein die weg habe ich gesagt so kommen wir mal gerade zurück ja ich bin hier weiter ja wir werden ja etliches an holz brauchen ja ich habe so eine kleine idee was ich hier gerne bauen würde sagen wir es mal so ja am schluss steht der trump tower da nein so übertreiben will ich es dann auch nicht ja wäre ich nicht praktisch weil die regierung nimmt in die dichter ja dann wieder weg sei denn ich überschreibe es rechtzeitig an zum beispiel meine putzfrau das könnte ich mir noch vorstellen bei dem drecksack meine drei tagen wird es gepfändet ja glaubst du dran ja 480 millionen müsste er hinlegen die hat er doch in der portokasse ne die hat er nicht was ist seine abfindung als us-präsident also sein sein gehalt sein ruhegehalt und wie viel von dem braucht er um seine laufenden kosten zu decken der typ ist komplett verschuldet er hat nichts mehr okay aber er muss dann noch seine mauer bezahlen zu mexiko ach ne stimmt das wollte er die mexikaner bezahlen lassen der will jetzt unbedingt noch mal präsident werden weil er dann keine miete bezahlen muss für die nächsten vier jahre ich fahre wieder vorsicht und worden Anytime er knapp ganz zidentan können wir dass Agric unusual er und nur sie Lachen ich bin ich bin aber was da einladen das einladen geht schnell dass es ausladen ganz dumm anstellt wie ich gerade das nächste und jetzt merken die kleine axt reparieren weil sonst unter 50 prozent hier war glaube ich nichts mehr da ist noch was jetzt schon wieder nicht jedoch in dahin den dahin den dahin 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 ich habe mit heteros gespielt doch jetzt auto ins wasser versenken ja alles gut solange dabei täter ist die wird die quadrate nicht gedreht hast was gibt so leute das habe ich aus langeweile gemacht wenn das ding langsam runter kam und du überlegt hast wie machst du jetzt weiter damit deine finger irgendwas zu tun haben und dann sage ich an der stelle mal danke fürs zuschauen wir ziehen jetzt fundamente und füllen das auf ich glaube da braucht ihr nicht unbedingt dabei zu sein weil die meisten werden es eh skippen und wenn ihr doch mal baumäßig noch was sehen wollt bleibt einfach in die kommentare bis zum nächsten mal macht's gut ciao bye bye bye